Das war bei weitem die langweiligste Party der letzten 25 Jahre. Und jedes Mal auf solchen Partys frage ich mich, was zur Hölle mache ich bloß hier? Ich hasse Cocktail-Partys und all diese Schwätzer, die dort hingehen. Es ist eine Möglichkeit für all ihre Bewunderer, sie kennenzulernen. Ja, 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 denen ist Kunst doch völlig egal. Die interessiert nur, wie viel Geld sie damit verdienen können. Was soll's? Lass uns einen trinken. Diese ganze Aufregung hat mich richtig durstig gemacht. Ja, dann gehen wir mal ins Wohnzimmer. Scotch? Ohne Eiswürfel? Auf jeden Fall. Okay, aber sie wissen, was ihr Arzt sagt. Ja, na der kann mich doch mal. Ich bin alt genug, um meine Medizin selbst zu wählen. Muss ich ihn denn nirgends abstellen dir, oder wie? Ja, da. Schenk mir mal Whisky ein. Sieht aber lecker aus. Hast du im Studio das Licht angelassen? Nein, nein, ganz bestimmt nicht. Ruft die Polizei. Detroit Police, wie lautet Ihr Notfall? Hier ist Karl Manfreds Android, 8941 Lafayette Avenue. Wir kommen gerade heim und das Licht ist an. Vielleicht wurde eingebrochen. Ein Streifenwagen ist unterwegs. Los, sehen wir mal nach. Ich vermute mal, dass das sein Sohn war, oder? Marcus, nein. Ich begleite dich. Ach, sein bekloppter Sohn. Leo. Ah, sieh mal an. Vaters Plastikspielzeug. Leo. Was ist hier los? Du hilfst mir nicht, also helfe ich mir selbst. Manche zahlen wahnsinnig Preise für den Scheiß. Fass sie nicht an. Hör zu, früher oder später gehören die sowieso alle mir. Betrachte es als Vorschuss auf mein Erbe. Marcus, der soll da weggehen. Schaff ihn sofort hier raus. Leo, mach das hier nicht kompliziert. Hör auf deinen Vater. Du musst gehen. Sofort. Ich hoffe, er hört auf uns. Ich lasse mich immer bloß weg. Warum, Dad? Bin ich nicht gut genug? Nicht perfekt wie dieses Scheißding. Das reicht jetzt. Raus hier. Sofort. Was macht das so besonders, hä? So viel besser als mich. Lass ihn in Ruhe. Na los, zeig, was du kannst. Marcus, du darfst dich nicht wehren, verstanden? Reagier einfach nicht. Los, schlag mich. Worauf wartest du? Bist du ein Mann? Dann mach schon. Was denn? Bist du etwa ein Feigling? Hör auf, Leo. Hör auf. Wachst dich zu wehren, du blöder Arsch. Yo. Oh, stimmt ja. Ganz vergessen. Du bist gar nicht echt. Du bist nur ein Scheiß-Klumpen-Prästig. Lass ihn in Ruhe. Pass auf. Ich mach dich fertig. Dann gibt es nur noch mich und Dad. Ich werde dich zerstören. Oh. Ist ja gleich tot. Alter Schwede. Das war aber heftig. Leo. Oh mein Gott. Leo. Mein kleiner Junge. Karl, ich... ich wollte es nicht. Verschwinde! Los! Geh! Markus! Keine Bewegung! Heftig, obwohl wir uns nur verteidigt haben. Na ja, dann auf zum nächsten Teil. Er ist ditches befindiges personer. Euro war, als wir uns tun camino. Ja... Hallo! Vielen Dank.